Herzlich willkommen zu einem neuen Neumond-Horoskop und zwar für den Monat Dezember. Am 24. November, also genau ein Monat vor Heiligabend, haben wir wieder den Neumond und der definiert natürlich so die Tendenzen für diesen Zyklus wieder, wie wird das nächste Monat. Und ich kann es gleich mal vorwegnehmen, es gibt irrsinnig viel Potenzial in diesem Monat, aber es gibt auch einige Spannungen, über die wir sprechen müssen. Also schauen wir uns das gleich mal an. Der Neumond findet im November im Zeichen Schütze statt. Und das Prinzip vom Schützen, das wandelnde Prinzip der Planete ist ja der Jupiter. Und in der Astrologie gilt Jupiter eigentlich als ein Glücksaspekt, als etwas, das aufmacht, das weitermacht. Im Extrem kann es natürlich auch zu Übertreibungen neigen. Aber Jupiter an sich sind die weiten Reisen, sind die tiefen Philosophien, sind auch so religiöse Aspekte ein bisschen mit dabei. Und es gilt eigentlich als Glücksplanet, als Glücksaspekt in der klassischen Astrologie. Jetzt schauen wir uns das mal an. Was bedeutet das, wenn Sonne und Mond sich im Schützen treffen? Naja, zuerst einmal der Mond, unser emotionales Zeichen, unser emotionaler Anker, der ist im Jupiter natürlich sehr aktiv. Das heißt, es kann zu sehr hohen Glücksgefühlen kommen, aber es kann auch immer wieder so ein bisschen schwanken, die ganze Sache. Und verstärkt wird diese Konjunktion auch noch einmal durch den Jupiter, der da ein wunderschönes Trigon hinmacht. Trigon ist ja eine positive, fördernde Konstellation. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn auf diese Energie auch noch einmal Jupiter draufkommt, dann geht es schon darum, dass etwas Neuer weiter wird, dass etwas aufgeht. Also die Energie ist auf jeden Fall eine eher erhebende Energie, eine eher aufladende Energie, wo man fast schon sagen muss, übertreib es in dieser Zeit nicht. Da übertreib es vielleicht auch nicht mit, ja, was weiß ich, mit Fortgehen, vielleicht auch ein bisschen zu viel am Weihnachtsmarkt stehen, auch zu viel Essen natürlich. Also das ist auch immer gefährlich, natürlich in der Weihnachtszeit, weil Jupiter bringt leider nicht nur emotionale Fülle, sondern auch die körperliche Fülle von Zeit zu Zeit. Aber es steht jetzt in einem geistigen Zeichen, das heißt, es passt eigentlich ganz gut dazu. Und Jupiter ist ja im Fische und der lädt auch ein bisschen zu diesen spirituellen Aspekten ein. Das heißt einfach, beschäftige dich mit deinem Inneren. Also es geht nicht direkt um Religiosität oder um esoterische Themen, sondern beschäftige dich mit deinem Inneren. Schau mal, wie es da ausschaut. Und da hast du auf jeden Fall sehr wohlwollende Unterstützung, sehr wohlwollende Planeten, auch mal zum Innehalten und auch innerlich einmal neue Ziele zu stecken, Neues zu erreichen. Und das bringt mich gleich einmal zu einem der wichtigen Aspekte. Wir schauen uns jetzt die persönlichen Planeten an. Und zwar haben wir Merkur, Venus, Konjunktion und das auch noch mal im Jupiter. Also im Schützen, pardon. Venus und Merkur, du siehst es da unten, die stehen auch in Konjunktion im Schützen. Und was bedeutet das? Naja, die Venus, unser Sinn für Ästhetik, der Merkur, unsere Funktion, unser Denken. Das heißt, umgib dich vielleicht auch mit neuen Gedanken. Führe in deiner Partnerschaft Gespräche. Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Und es ist auch möglich, dass du eben auch künstlerisch kreativ tätig wirst über die Venus. Das heißt, wo sitzt denn deine innere Künstlerin, dein innerer Künstler und was möchte denn dieser Anteil ausdrücken? Also das ist auch wirklich so ein Anschub, meines Erachtens nach, zur Kreativität und dazu eben auch, da tätig zu werden. Unbedingt sogar. Auf dem Merkur haben wir den Pluto im Halbquadrat im Steinbock. Und Pluto-Steinbock ist halt unsere gesellschaftliche, unsere politische Lage auch zurzeit. Und der schränkt da ein bisschen ein. Also das heißt, auch wenn du gute Ideen hast, kannst du sie vielleicht nicht gleich im Dezember so umsetzen. Aber das ist kein Problem. Wichtig ist nur mal, dass du sie in dir, ja fast wie in einem Vogelnest, ausbrütest. Das heißt, ich habe da was gefunden, ich habe da eine Idee. Ich muss die vielleicht nicht gleich umsetzen, aber ich arbeite dran. Wenn dann der Wind günstiger wird, wenn es dann gesellschaftlich günstiger wird, kann ich diese Energie, diese unter Anführungszeichen Eier auch ausbrüten, die ich da gelegt habe. Also einfach ein bisschen warten. Denn wenn du sagst, ich bring da jetzt irgendetwas durch, ich starte jetzt mit etwas ganz, ganz Neuem, dann ist das nicht die Zeit. Dann wird das eher frustrierend sein, denke ich mal. Ein weiterer Repräsentant dieses Neubeginns ist der Mars. Und Mars steht ja im Zwilling. Da habe ich ja mal ein Video drüber gemacht. Auf der einen Seite ist auf Mars ein Pluto-Biquintil. Das ist jetzt nicht so der wahnsinnig spannendste Aspekt aller Zeiten. Aber fördert auch das Schöpferische. Das heißt, der treibt auch an. Tu etwas, mach etwas, komm ein bisschen in die Puschen, hab vielleicht neue Ideen, neue Gedanken. Also das merkt man da. Ein Trigon zu Saturn. Und der Saturn steht ja im Wassermann. Und auch mit Trigon heißt es wieder, ich habe da eine gute Kraft, etwas Neues zu machen. Das vielleicht mit Kommunikation, mit neuen Medien zu tun hat. Ich habe da vielleicht Ideen, die ich dann umsetzen möchte. Und Saturn, Saturn-Mars bedeutet auch im Trigon, du hast da die längere Brenndauer. Also nicht nur so diesen spontanen Pioniergeist, sondern das ist durchaus eine Zeit, wo du längerfristige Projekte starten kannst, wo du dann auch den langen Atem hast, die durchzuziehen. Das ist ja auch nicht immer so gegeben und deshalb ist das eine positive Konstellation. Das, was noch der Mars drauf hat, ist mit dem Neptun ein Quadrat. Und der Neptun weicht jetzt diesen Mars wieder ein bisschen auf. Also das kann sein, dass man Tendenzen hat, ein bisschen schlumpfiger zu sein, ein bisschen etwas schleifen zu lassen. Und da würde ich dich einfach einladen, selber in die Disziplin zu gehen, denn du hast wirklich die besten Voraussetzungen dazu. Das heißt, neue Projekte starten. Ändere vielleicht deinen Tagesrhythmus. Schau mal, wo kannst du kreative Zeit einbringen. Und kreative Zeit heißt ja nicht gleich, dass du die Sixtinische Kapelle malen musst. Das kann auch kreativ auf der körperlichen Ebene sein, dass du sagst, ich starte da jetzt mit einem Workout oder ich ändere die Ernährung. Ich ändere etwas in meiner Beziehung. Also man kann auf allen Ebenen Kreatives, Neues einbringen. Schöpferisch sein auf allen Ebenen. Und das wäre da ganz wichtig. Aber wie gesagt, Neptun, Mars ist so ein bisschen, ach, bleiben wir im Bett. Ach, das Wetter ist jetzt sowieso ein bisschen grau draußen. Da muss ich gar nicht aufstehen. Da möchte ich gar nicht aufstehen. Also der verführt da etwas zum, nennen wir es, Müßiggang bzw. zum Träumen statt zu tun. Und das wäre auch noch einmal ein wesentlicher Punkt zu erkennen in diesem Monat. Was ist ein Traum und was tust du für diesen Traum? Oder bleibt der Traum nur Traum? Und das ist eben auch wichtig, wenn ich jetzt von der erfüllenden Beziehung träume, aber nichts tue, um meine Beziehung besser zu machen, meiner Partnerin, meinem Partner zuzuhören, auf die Partnerin, Partner zuzugehen, gemeinsame partnerschaftliche Aktivitäten zu schaffen, dann wird das nur ein Traum bleiben. Dann wäre es vielleicht schön, ja gut, eine tolle Partnerschaft oder der Traumkörper oder sonst was. Aber was tust du dazu? Und dazu lädt jetzt dieser Dezember ein. Wie gesagt, langfristig gedacht, längerfristig gedacht. Nicht zu sagen, ja jetzt gewinne ich gerade alle Rennen genau im Dezember und jetzt geht es los und das ändert jetzt mein Leben profund, sondern das sind so Initialzündungen, die du jetzt sehr gut umsetzen kannst. Und da würde ich dich auch dazu einladen. Ja, und am Ende dieses Videos möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Also wie gesagt, es geht alles nach vorne. Wir haben da eine gute kreative Energie, eine gute schöpferische Energie. Wir haben allerdings auch noch unser altbekanntes Saturn-Uranus-Quadrat. Der Uranus im Stier, der ja der Wandel unserer Werte ist, hast du ja schon gehört, wenn du diesem Kanal folgst, der Wandel dieser Werte steht mit dem Saturn im Quadrat. Und das ist wieder das Zerbrechen einer Form. Und das würde für mich jetzt einfach bedeuten, trotz der Krisen, die jetzt sind und trotz allem, was es ist, einfach auch für dich neue Dinge zu kreieren. Für mich bedeutet das einfach, jetzt müsste langsam jeder mal checken, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Also es gibt keinen Weg mehr in die Normalität. Die Änderungen passieren, die Änderungen finden statt. Und es wandelt sich einfach vieles. Aber das heißt ja nicht, dass du deiner Talente, deiner Fähigkeiten, deiner Lebensenergie beraubt bist. Das sind äußere Umstände. Und die bleiben angespannt. Die bleiben exzentrisch. Die bleiben eben ungewohnt. Das große Motto ist, alles ist ungewohnt. Aber frag dich, was betrifft dich davon wirklich wesentlich? Und was dich dann betrifft, darauf reagiere. Aber reagiere auf nichts anderes. Lass dich nicht ablenken von, das ist jetzt der große Wandel. Und du schaust immer nur, was tut sich in der Welt und was wandelt sich da? Wie wandeln sich die Geldwerte? Wie wandelt sich alles im Außen? Sondern schau wirklich auf dein Inneres. Und da hast du wunderbare, tolle Energien zur Verfügung in diesem Dezember. Und ja, wie gesagt, der Wandel begleitet uns weiter. Und es gibt eben kein Normal mehr. Es gibt auch kein Zurück mehr zum Normal. Und das ist ja meiner Meinung nach so diese wichtige Essenz. Das heißt, egal was in den Zeitungen steht, kannst du gleich unter, ja, die nächste Exzentrik, der nächste Chaos, der nächste Wahnwitz, das kannst du alles schon einmal so verbuchen. Und dann einfach mal für dich prüfen, was bedeutet es für dich selber? Also bitte, bleib bei dir. Bleib kreativ. Du hast da eine gute, gute Energie in diesem Dezember. Und wir schauen dann eh nochmal Dezember rein. In ein, zwei Wochen werde ich mal schauen, wie wird denn Heiligabend, wie wird denn Weihnachten? Und dann wird es natürlich bald einmal eine Jahresvorschau geben auf 2023. Alles kommt da rein. Und natürlich geht auch, und dafür gleich mal danke für die vielen unterstützenden Kommentare, geht auch so diese Grundlagenserie, wie ist denn so ein Horoskop aufgebaut, weiter, damit du dich auch mal orientieren kannst. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine schöne Adventszeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, demnächst wieder. Ich freue mich aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Erini. Und natürlich bitte Daumen hoch, abonniere den Kanal. Und wenn du selber mal Lust auf eine astrologische Analyse hast oder so eine Jahresanalyse, dann mach dir einfach einen Termin aus. Also irgendwo da steht sicher meine Adresse. Tschüss, bis nächstes Mal. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.